Hallihallo und herzlich willkommen bei Meniskerbid. Heute ist der 14. Tag und ich habe nochmal schnell in die Eier reingeselt. Wenn du ganz genau schaust, siehst du die ganz feine Bluttöderli und zum Teil das Embryo sich zu bewegen. Alle fünf geht es bis jetzt gut und wir hoffen, es bleibt so. Jetzt geht es noch etwa eine Woche und dann sollten die Kleinen schlüpfen. Wir sind so ganz gespannt und sind fort zum Vorbereiten, dass alles bereit ist, wenn sie kommen. Ich hoffe, du hast es ein bisschen gesehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.